Das ist die Kirche. Und wir sind 15 Minuten zu spät. Super. Oh Mist, jetzt kommen wir zu unserer eigenen Hochzeit zu spät. Als wenn es nicht reichen würde, dass ich immer morgens im Büro zu spät bin. Jetzt kommen wir schon zu unserer eigenen Hochzeit zu spät. Echt super. Wir sind so unpünktlich. Sollen wir mal kurz an der Tür gucken, ob vielleicht schon alle Gäste da sind? Hoffentlich sind die nicht alle sauer auf uns. Oh oh, die Kirche ist schon echt voll. Und ich höre auch schon Musik. Haben die etwa ohne uns angefangen? Das kann doch nicht sein. Erkennst du hier irgendwen? Irgendwie nicht. Ich kenne hier gar keinen. Das sind doch nicht unsere Gäste. Sag jetzt nicht, wir sind in der falschen Kirche. Da vorne ist sogar ein Brautpaar. Oh nein. Oh, eine Doppelhochzeit. War das denn geplant? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir sind in der falschen Kirche. Mist. Tut uns wirklich leid. Wir wollten eure Feier wirklich nicht stören. Wir gehen jetzt wieder. Ach, ist doch nicht schlimm. Heute ist doch so ein schöner Tag. Genau, ein schöner Tag, um zu heiraten. Wir wünschen euch beiden auch alles Gute. Ja, vielen Dank. Oh nein, wie peinlich. Die armen Hochzeitsgäste. Ja, aber egal. Hauptsache, wir haben uns beide noch. Wir werden schon noch unsere Kirche finden.